Willkommen zu ALTER LEAD! Wir kommen heute zu den Creeps. Wir werden euch wieder gruselige Geschichten erzählen. Und die haben es in sich. Bei den letzten Creeps gab es 2 Dislikes. Ich habe heute diese Jacke an, da es sehr kalt werden könnte. Denn ich habe den Kühlschrank offen gelassen. Und bis jetzt immer noch nichts zu gemacht. Heute habe ich einen unglaublichen Gast bei mir. Und zwar Jan von April. Oh, wo ist er denn hin? Er hat sich wohl Luft aufgelöst. Diese alte Magie. Hallo liebe Freunde. Aber es geht auch hier um mich. Und nicht um dich. Und was rede ich hier eigentlich? Jetzt kommen wir auch zu der super krustigen Geschichte. Die mir wirklich passiert ist. Also ich war da letzten so in einem Supermarkt. Da war da so eine Verkäuferin. Die habe ich dann angestupst. Und da habe ich dann an der Kasse so gefragt. Und dann haben die gesagt, was ich eigentlich rede. Und die kannten mich dann da gar nicht, obwohl ich ei blali bin. Habe ich so gemacht. Ei blaliaa! Oh mein Gott, diese Lampe scheint mir direkt ins Gesicht. Ungelogen. Ja, das soll ja auch genauso sein. Und ungelogen. Von diesem Nebel bekommen wir noch eine Rauchvergiftung. Denn sei mal froh, dass ich noch keinen Rauchmelder installiert habe. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach hoch. Da unten könnt ihr abonnieren. Und dann seht ihr ältere Videos von mir, wie ich euch mal wieder zum Affen mache. Naja, egal. Kommt nächsten Sonntag um 15 Uhr wieder. Und lacht euch tot. Warte, da stimmt was nicht. Naja, egal. Juhuhu! Juhu! 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 Juhu!